Schönen guten Tag zusammen, euer Serge Menga aus der Hauptstadt Kinshasa in der Demokratischen Republik Kongo. Im Background seht ihr, wie das Leben auch hier floriert in der Hauptstadt. Viele Autos sind unterwegs, jeder macht was, jeder ist mit Business beschäftigt. Und das ist doch mal ein anderes Bild als das, was man eigentlich von Kongo oder von Afrika denkt. Ja, ihr seht, wir haben Autos, die da rumfahren, also haben wir auch Benzin hier. Ihr seht hier auch ein Mast, das heißt, wir haben also auch Strom hier. Ja, und wir haben Straßen, seht ihr? Die Autos fahren auf der Straße. Also Spaß beiseite, dieses Video mache ich natürlich auch, um euch zu zeigen, es ist alles anders, als man eigentlich denkt. Und dann zeige ich euch einfach mal, wo ich hier sitze, ich schwenge mal rüber, schaut mal. Ja, schaut mal. Das ist Egid, Pisa Bombote. Ja, das ist meine rechte Hand hier im Kongo. Ja, so. Okay, also es ist alles andere, als nur chaotisch hier, wie man so denkt und und und. Und alle hungern nur im Kongo oder in Afrika. Ja, ihr seht also Leute, die rumlaufen, die gut genährt sind, ja, die alle aktiv sind und die hier natürlich, so wie in Deutschland, auch ihr Leben nachgehen. Und das ist Positiv Thinking. Überall auf der Welt gibt es Positives und Negatives. Und unsere Aufgabe besteht darin, uns auf das Positive zu konzentrieren. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Es folgen mehrere Videos. Euer Serge Menga aus der Demokratischen Republik Kongo. Danke. Euch noch einen schönen Tag. Tschau. Tschau. Tschau.